Hallo ihr Lieben, einen schönen Sonntag. Ich wollte nur Bescheid geben, dass um 16 bis 21 Uhr circa ein Jutasia Marathon stattfindet, wo ihr den Prolog bis zum Kapitel 14 nochmal hören könnt, wo wir auch das Kapitel 1 bis 3 nochmal neu angefertigt und bearbeitet haben, damit das alles viel besser klingt und mehr Spaß macht zu hören. Wir hoffen, dass wir ganz viele von euch antreffen. Die Producer und einige Sprecher werden auf jeden Fall anwesend sein und ja, wir machen uns dann einen schönen Nachmittag mit euch. Den Link dazu für YouTube und den Kanal, worauf es gestreamt wird, findet ihr hier auf der Endcard und natürlich in der Infobox, in der Videobeschreibung und überall, wo es was zu verlinken gibt. Hitbox und Fitch wird auch noch reingeschrieben. Also, bis später, euer Jutasia Team.